Wir sind heute hier bei der IBMS Modellbausstattung in Berlin Gartow. Ich nehme am Wettbewerb teil und stelle auch Modelle aus. Das erste Mal, dass ich das mache. Die sind fleißig aufgebaut. Schon eine geile Location. In der Halle. Hier unten ist IBMS selbst und baut ihre ganzen Stände auf. Und die Treppe hoch. Da sind wir dann. Ich zeige euch mal. Da oben sind dann die ganzen Modelle drin. Die detaillierten Matten. Und dann zeige ich euch später noch. Hier bauen die ganzen Leute noch auf. Dann zeige ich euch noch alles, was es hier so gibt. Und da ist mein Tisch. Nicht viel, aber schön finde ich. Also, ich nehme die Kleidung. Fertig, der K enorm ist für heute. Und dann wäre das schon so schön. Alle anderen sind der Knie. Wunderbar, Buss, Buss. Buss. Drei Mal, Buss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Wie geht's? Wir sehen uns morgen. Mal gucken, ob ich da noch Aufnahmen mache. Also alles Gute. Das ist durch die Sieger wurden geehrt. Und was soll ich sagen? So hat die Wir sehen uns? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018